Es gibt eine harte Wahrheit auf dem Weg zu deinem Erfolg. Du musst da durch, ob es dir passt oder nicht. Du hast aber die Wahl, ob du es jammernd oder mit einem Lächeln machst. Unangenehme oder schwierige Aufgaben werden umso komplizierter. Je stärker du dich davor sträubst, nimmst du die Herausforderung aktiv an und behältst immer dein Ziel im Blick, wirst du hinterher feststellen, dass alles halb so schlimm war. Was für den Zahnarztbesuch gilt, gilt auch für die Gehaltsverhandlung mit dem Chef oder die Aussprache mit dem Partner oder jede andere Hürde, die du dir in den Weg stellst. Meistere heute eine Aufgabe, die du schon ewig vor dir herschiebst und mach es mit Freude, denn sie bringt dich weiter, am einfachsten, ohne sinnlosen Widerstand. Drei, zwei, eins, los geht's!